Natürlich ist die eine, die es geschafft hat, mich zu bewegen, eine Beziehung überhaupt einzugehen, diejenige, die in meinen Kopf reinkommt, wenn ich an Beziehungen denke, weißt du, wie ich meine so? Real Talk, würdest du mittlerweile eine Frau in deinem Alter nehmen oder wäre 20 bis 25 besser? Man kann sich doch auch mal ein bisschen ausleben so, man muss doch auch seine Hörner abstoßen an der Stelle. Stoß it out, man. Oder man findet die Frau, die dich dazu bringt, dieses Verlangen nicht mehr zu spüren, bro. Ehrlich gesagt, mit den Jahren wird dieses Bedürfnis danach, eine feste, stabile Frau zu haben, immer größer so. Ich bin der heiß im Klo, ich stelle mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Bro, erklär mal, warum Leute, wie wir Diät machen, trainieren, Weibers klären, aber im Winter und wenn man jemanden braucht, immer alleine ist. Deep Talk. Ja, weiß nicht, Bruder, hast du jetzt ein paar Sachen in einen Topf reingeschmissen, so, die nicht unbedingt in einen Topf reingehören. Also zum Beispiel Diät trainieren und so, mache ich jetzt nicht, um Weibers zu klären, weißt du, wie ich meine? Generell muss ich sagen, dass ich, Thema Frauen, sowieso eine schwierige Nummer ist, so. Und ich habe ganz wenige Frauen in meinem Leben gehabt, die ich wirklich geliebt habe, so. Weißt du, ganz, ganz, ganz wenige. Und deswegen, ich war auch eigentlich erst einmal in einer richtigen Beziehung, also eigentlich hat es erst eine Frau geschafft, mich richtig zu überzeugen und mir zu zeigen, so, dass das auch funktionieren kann, so. Und deswegen, ich war schon immer, ich war schon leider schon immer, was das Thema angeht, ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ob es zurückgeblieben ist, ob es irgendwie eigen ist, keine Ahnung. Das Ding ist, ich ziehe auch immer Männer an, die so ähnlich sind, weißt du, ich habe viele Männer in meinem bekannten Freundeskreis aktuell und auch gehabt. Die meisten von denen, auch Frauen, die meisten von denen sind Single, so, die sind alle ungefähr so alt wie ich, manche sogar ein bisschen älter. Ich ziehe auch so eine, so eine Menschen an irgendwie, aber ich muss sagen, jetzt mit dem Alter, ich bin jetzt 31 geworden und mit dem Alter, so, sehnt man sich schon immer mehr nach, nach, ja, nach einer stabilen Beziehung, so, weißt du. So, ähm, ja man, also ich, ich, gerade in den letzten Tagen, krass, dass du es ansprichst, gerade in den letzten Tagen habe ich auch immer wieder daran gedacht, so, man, wäre es eigentlich schön, jemanden an meiner Seite zu haben, so, weißt du. So, vor allen Dingen in Zeiten, wo man halt relativ einsam ist und nicht so viele Menschen in seiner Nähe hat, so, dann, ähm, denkt man öfter mal darüber nach, so. Also, ich kann dir halt auch nicht genau sagen, woran es bei mir liegt, warum, oder bei uns, bei den ganzen Jungs und Mädels, die ich so anziehe in meinem Freundesbekanntenkreis, so. Aber es ist echt schwer geworden neunzutage, ähm, vor allen Dingen, wenn du halt auch einen gewissen Lifestyle lebst und aus einer gewissen Branche kommst und halt auch so tickst, wie ich ticke. Ich bin halt auch nicht einfach, so, so, so sehr, wie ich auch vermisse, eine Beziehung zu haben, eine Frau zu haben, die ich liebe, mit der ich zusammen sein möchte und irgendwie Familie auch gründen möchte und so, habe ich immer noch auf der anderen Seite diesen, diesen Drang danach auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, in Phasen in meinem Leben so einfach meinen Spaß zu haben, weißt, wie ich meine, so. So, und da gehört dann auch Party dazu und mal ein bisschen durchdrehen und dann, weißt du, äh, wisst ihr ja genau, was dann passiert, so. Das lässt sich halt auch nicht so geil vereinen, weißt du, wie ich meine, ich glaube, man muss schon, ich weiß nicht, entweder einen Partner finden, mit dem man irgendwie das ausleben kann oder man muss halt erstmal richtig ready sein, so, weißt du, kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht auch noch nicht richtig ready bin, wenn ich immer noch diese anderen Gedanken habe, so, aber ich sag, ehrlich gesagt, mit den Jahren wird dieses Bedürfnis danach, eine feste, stabile Frau zu haben, immer größer, so. Safe. Oder man findet die Frau, die dich dazu bringt, dieses Verlangen nicht mehr zu spüren, Bro. Oh ja, oh ja, da hab ich gedacht, hab ich schon gefunden. Weiß ich nicht, ob ich generell einfach ein komischer Typ bin, Freak hab irgendwie was, weißt du, irgendwie so anders bin einfach so, aber nach einer gewissen Zeit kommt das immer wieder hoch so. Ich glaube, man muss sich auch selber unter Kontrolle haben und man muss es wirklich wollen. Und du hast recht, irgendwann wird hoffentlich eine Frau kommen, wo du gar nicht mal daran denkst, weil die einfach so krass und dich so krass befriedigt in allen Belangen, dass du gar nicht mehr daran denkst. Hoffe ich auch, Bruder, hoffe ich auch. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne. Ich wette mit dir, wenn wir nicht der Typ wären, der morgens die Haferflocken abwiegt, dann wären wir nicht alleine. Fühl ich. Balkanovic 1993 mit einem Abo da. Ich küsse dein Herz, Bruder, danke für den Support auf jeden Fall. Skill. Gerardo sagt, bin 35 geworden, acht Jahre Beziehung gecrashed, habe auch nicht die Lösung, aber stay positive. Sowieso, Bruder, sowieso. So, mein Beileid auf jeden Fall. Sowas vor sowas habe ich auch immer Angst gehabt, so. Das war auch ein Grund, warum ich nie richtig mich auf eine Beziehung eingelassen habe, weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, es geht eh vorbei und dann ist die Zeit verschwendet, so. Aus meiner letzten Beziehung habe ich aber gelernt, dass Zeit nie verschwendet ist, weil du in einer Beziehung auch sehr viel über dich selbst lernst, dich weiterentwickelst und ja, sehr schöne Zeiten hast du auch so. Weißt du, ich will auf jeden Fall meine Beziehung nicht missen, aber früher habe ich auch immer gedacht, so, nee, ich verschwende die Zeit nicht. Vor allen Dingen die junge Zeit, so, wo ich noch jünger war, so von, ich habe Leute gehabt, die von 18 bis 25 irgendwie oder bis 28 in der Beziehung waren, danach Single waren, so. Und das ist eigentlich 18 bis 28, Bruder. Weißt du, was da los war, Digga? God damn, Alter. Ja, genau, du sagst es, ja, gerade selber 18, 25 rumgehurt, God damn, und jetzt eine anständige Frau wollen, genau mein Humor. Bruder, warum nicht, Digga, was ist daran so verwerflich? Man kann sich doch mal ein bisschen, man kann sich doch auch mal ein bisschen ausleben, so, man muss doch auch sein, weißt du, seine Hörner abstoßen an der Stelle. Stoße it out, man. Fühle ich, aber wenn du zehn Jahre Beziehung hinter dir hast, fällt es dir auch leichter, wieder in eine neue Beziehung reinzugehen. Wenn man älter ist, glaube ich, wird es immer schwieriger, sich auf jemanden einzulassen, erst recht, wenn man nie eine richtige Beziehung hatte. Ja, safe, das fühle ich auch auf jeden Fall. Ich bin generell jemand, der sehr geschlossener Mensch ist, so, wenige Menschen richtig an sich ranlässt und ich frage mich auch, wo ich, weiß ich nicht, Bro, ich habe schon lange nicht mehr, ich weiß es nicht, Digga, wenn ich so drüber nachdenke, Ich habe schon lange keine, keine Frau mehr irgendwie kennengelernt, auch so, wo ich von mir aus dann irgendwie die Intention hatte auch oder die Gedanken oder das Gefühl hatte so, ey, da könnte jetzt was gehen, auch irgendwie was Ernsthafteres, so, weißt du? Realtalk, würdest du mittlerweile eine Frau in deinem Alter nehmen oder wäre 20 bis 25 besser? Ach, Bruder, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, so, ich bin da nicht so, keine Ahnung, der Mensch muss mich überzeugen, das Alter ist zweitrangig. Fühle ich alleine die Wohnung mit einem anderen Menschen zuteil, schwierig für mich, moin erstmal, Dennis, 09, ja, ja. Ja, ich bin auch einer, mein Bett zu teilen mit jemandem, es fällt mir extrem schwer und auch mich mit den Gedanken anzufreunden, dass ich nach dem Training nach Hause komme und da ist jemand so, oder nach dem Arbeiten oder so. Also, ich bin auch ein Typ, der auf jeden Fall immer gedacht hat, dass er seine Zeit für sich alleine und Ruhe braucht, so, aber ich habe in den letzten, im letzten Jahr eigentlich oder in den letzten anderthalb bis zwei Jahren sehr viel Zeit alleine verbracht, wirklich alleine, mit wenigen Menschen in meinem Leben um mich herum. Und umso mehr ist mir bewusst geworden, dass es auch was Schönes sein kann, wenn jemand konstant da ist, für dich auch, so. Also, aber dazu musst du halt, diejenige muss dich halt so krass überzeugen und du musst, du musst es so krass wollen auch, ähm, dass du dein eigenes, dein eigen, dein eigenen egoistischen Bedürfnisse mal hinten anstellst, beziehungsweise dir klar machst, dass alleine sein cool ist, aber wenn jemand da ist, dass es dir auch Kraft geben kann, dass es dir auch hilft und dass es dich auch supportet, so, weißt du. Und da muss man, glaube ich, sein Mindset einfach mal switchen, einfach mal zulassen und dann schauen, wo es hinführt, weißt du. Ich glaube, wir sind Gewohnheitstiere und wir können uns an alles irgendwie gewöhnen, so genau, also wir können uns auch daran gewöhnen, dass jemand konstant bei dir zu Hause ist und wenn du Kinder irgendwann haben möchtest und Kinder hast und so, dann sind die auch immer da, so. Man muss halt irgendwo anfangen, sonst wird man halt alleine sterben und ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der alleine sterben will. Ich bin genauso alt wie du, habe neulich darüber nachgedacht. Ich glaube, das hat was mit den Cartoons, Filmmusik zu tun, die man uns als Kind sehr früh reingeballert haben. Ich denke, das hat was unterbewusst mit unserer Psyche gemacht. Also, ja, jein, jein. Es sind viele Faktoren, die da reinspielen. Ich meine, auch so bei mir zum Beispiel, meine Mutter ist alleinerziehende Mutter. Ich habe keine Beziehung vorgelebt gekriegt, so. Und das ist auch, hat auch einen großen Einfluss, so, weißt du, wie ich meine. Wenn du, wenn deine Eltern zum Beispiel eine harmonische Beziehung fühlen, so, und du bist, wächst da auf und du kriegst es mit und du siehst, dass es funktioniert und wie die sich lieben und so, dann hast du automatisch ein Verständnis dafür, wie eine Beziehung. Du hast ein Beispiel, weißt du, wie ich meine, so ein Blueprint, so. Und daran wirst du dich als Erwachsene automatisch auch daran festhalten. Natürlich kann das auch mal in eine andere Richtung gehen, aber ich generell gehe schon davon aus, dass wenn du eine harmonische, gute Beziehung vorgelebt kriegst, dass du davon dir auch was mitnehmen kannst, so. Das zum einen, zum anderen gebe ich dir recht. Also, ich bin auch teilweise mit Musik und Sachen aufgewachsen, aber auch vor allen Dingen Freundeskreis. Also, das hat sich schon damals so rauskristallisiert. Ich habe nie von irgendjemandem gelernt, ich habe das nie richtig gelernt, wie man eine Frau respektiert, behandelt und, weißt du, wie ich meine, also, das ist für mich, das ist so, ich schäme mich sogar ein bisschen, das auszusprechen, so, weil ich das heutzutage verstanden habe, dass ich das nicht mehr richtig fühle, so, aber für mich, also, ich habe voll lange gebraucht, um erstmal dieses Respekt, diesen Respekt-Level aufzubauen, Frauen gegenüber und Frauen nicht nur als das zu sehen oder als dies zu sehen, so, sondern mehr da drin zu sehen, weißt du, wie ich meine, so, das ist mir als Mann extrem schwer gefallen, weil ich halt von dieser Jugend komme, ich komme aus dieser Hut, so, aus diesem, aus diesem Umkreis, wo Leute das sagen und die eintrichtern und wie das alle so leben und feiern, so, weißt du, wie ich meine, so, Frauen waren für uns immer nur so, Bitches, dies, das, bla, weißt du, wie ich meine, so, so hat man darüber geredet, so. Und dann kommt die erste Frau halt, die es schafft, dass du eine Frau nicht mehr als so ein Objekt einfach nur siehst und abstempelst, sondern da mehr hinten dran siehst, so, weißt du, wie ich meine, so, und das hat dann, das hat dann so bei mir dafür gesorgt, dass ich mir nochmal neue Gedanken darüber gemacht habe, so, und jetzt mit dem, ich bin halt ein relativ junger Typ, was das angeht, das ist meine erste Beziehung, das ist jetzt zwei Jahre her oder so und seitdem habe ich erst richtig angefangen, mich damit richtig zu beschäftigen und auch den Wert richtig reinzulegen und so und es war eigentlich absehbar, dass die Beziehung, die ich geführt habe, auch nicht funktioniert, weil ich komme halt von Mann-Frau-Beziehung eigentlich zero, keinen Respekt und so und dann triffst du auf einmal eine Frau, die halt voll auf dem Beziehungsfilm ist und auch schon mehrere Beziehungen hinter sich hat und ja, das prallt dann so aufeinander und das, ich musste erst mal sehr viel lernen, so. Ja, aber unsere Generation ist durch Film und Musik erst genauso geprägt worden, die jetzige Generation ist noch schlimmer mit Spaltung, Mann und Frau, ähm, das hat genau bei uns angefangen. Kann sein, I don't know. Also es hat auf jeden Fall, ähm, es hat auf jeden Fall einen Einfluss, so, ich bin jetzt keiner, der sagt, das hat keinen Einfluss, aber ich bin auch nicht jemand, der das jetzt so, keine Ahnung, nur darauf schieben würde, weißt du, wie ich meine, auf Filme und Musik, die man sich so gibt, so. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus, äh, Kindheit, was man sich reinzieht, Freunde, von wem man sich beeinflussen lässt, so. Äh, Larisha sagt, das ist jetzt, ähm, als Frau auch interessant für mich, was du gerade gesagt hast. Ja, kann ich mir vorstellen. 040, Marco sagt, klingt, als ob du deine Ex vermisst. Ja, kann sein, kann sein. Also ich vermisse auf jeden Fall, so habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich hätte, ich hätte Lust auf jeden Fall auf, ähm, eine Frau an meiner Seite, so. Und ihr müsst ihr eins überlegen, als Typ, der eigentlich nur eine richtige Beziehung hat, natürlich ist die eine, die es geschafft hat, mich zu bewegen, eine Beziehung überhaupt einzugehen und dann auch noch so lange daran festzuhalten, diejenige, die in meinen Kopf reinkommt, wenn ich an Beziehungen denke, weißt du, wie ich meine, so. Egal, so, auch wenn ich mit Leuten über Beziehungen rede oder irgendwie so, dann ist auch immer wieder sie natürlich und die Beziehungen, die wir geführt haben, das, was bei mir in den Kopf reinkommt, so. Weißt du, wie ich meine? Jay Garson sagt, Frage ist, sind wir gemacht für eine Beziehung, Fragezeichen. Ja, genau darüber habe ich auch vorher mit den Leuten geredet, so, Bro. Ich habe denen auch gesagt, dass es halt in meinem Bekannten- und Freundeskreis auch Männer gab, die sich dazu entschlossen haben und gesagt haben, so, wir gehen keine Beziehung ein, wir stehen, wir gehen eine Bruderschaft ein unter Männern und wir sind für uns bis zum Tod da und dafür brauchen wir keine Frau, so. Es gibt so, weißt du, wie ich meine? Und diese Männer haben auch krasse Parallelen mit mir, so, weißt du, deswegen hat man sich dann auch mal hingesetzt und sich so gefragt, so, ey, bist du überhaupt ein Beziehungstyp? Aber, weißt du, wenn ich mir diese Frage so stelle, dann stelle ich mir automatisch auch die Frage wegen Kinder, so. Und ich bin ein Vater, das weiß ich ganz genau. Ich bin dafür gemacht, Vater zu sein. Vor allen Dingen, weil ich auch nie einen Vater hatte. Ich habe mir das selbst beigebracht, so, und ich kann das, weißt du, wie ich meine? So, und deswegen, ich will ich auch nicht einfach so Kinder irgendwo haben, so. Es wäre schon schön, wenn das mit einer Frau ist, mit der ich auch richtig Liebe habe, so, weißt du? Aber man weiß nie, Dicker, ne? Das ist alles, steht in den Sternen, so. Magst du hell- oder dunkelhäutige Frauen? Oder ist das dir egal? Ist mir egal, Bro. Also, wie gesagt, Mensch ist Mensch für mich. Nochmal. Ich habe da echt keine, ich habe da echt keine, ich habe auch gelernt. Ich, für mich, habe gelernt, dass es Schwachsinn ist, so. Jetzt zu sagen, so, ich muss, will das haben, ich will eine Blonde haben. Oder ich will eine, die so, eine, die so, eine, die so. Wichtig ist die Energie, wie, wie, wie diese Frau dich catcht, weißt du, wie ich meine? So, wie die dich, so, wie die dich in ihren Bann reinzieht. So, das ist für mich auf jeden Fall wichtig, so. Ja, eigentlich, so. Könnt ihr euch an den Talk mit Zara erinnern? Wo, wo die mich fragt oder wo diese Frage aufkommt, so. Was ist ein No-Go bei einer Frau? Eine Sache gibt es halt so. Wenn die keinen Booty hat, dann ist die raus, Bro. Was soll ich dir sagen, Bro? Wer ist das? Was soll ich dir sagen? Das ist halt Fakt. Aber alles andere ist energetisch. Ey, Booty-Contest, Bruder, das war kein Spaß, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, wir sind halt, ich bin halt Freak, was das angeht. So, ich meine das ernst. Weißt du, wie ich meine? Das ist kein Spaß, Digga. Reinig müsste ich mal Merch machen, so. Booty-Lover. Und so einen schönen Pfirsich unten drunter mäßig. Oder das Thumbnail, was ich damals hatte bei dem Booty-Testing. Dieses, wo ich so neben dem Arsch bin, so. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, nochmal zu den Booty, so. Es ist halt für mich, wenn das nicht da ist, dann fehlt für mich halt komplett dieser sexuelle Reiz, so. Und der, für mich ist der sexuelle Reiz mindestens 50%. Weißt du, wie ich meine? So. Es sind mindestens 50%, ich brauch das. Wenn der sexuelle Reiz nicht da ist, dann ist so ein Typ wie ich ganz schnell am Rumbumsen mit anderen. Oder Fremdgehen oder so eine Scheiße, weißt du? Da bin ich ehrlich zu mir selber. Meine Frau muss mich sowohl intellektuell als auch sexuell befriedigen. Sonst ist der Lovelock raus. Und ich glaube, das ist halt auch ein Thema halt bei mir, ein Riesenthema, so. Weil ich halt auch schon krasse Ansprüche habe, so, ne. Natürlich wird man nie die perfekte Frau finden, die alles so 100% deckt. Aber es muss schon in die richtige Richtung reingehen, so. Weißt du?